Hallo, hier ist Els und heute gucken wir mal in die Nasch-Abteilung rein. Hier gibt es irgendwie Kekse. Hier gibt es auch Riegel und Kekse. Aber ich suche was anderes. Haha! Das ist ein Grünohrbärchen von Katja. So, jetzt gleich machen wir die auf. So, jetzt machen wir die auf. Lecker! Fünf Sorten sind dabei. Einmal Körsche, Zitrone, Orange, Apfel und Ananas. Jetzt probiere ich mal Körsche. Lecker! Und mal sehen, wie die Zitrone schmeckt. Hm! Und jetzt probiere ich mal Orange. Und jetzt probiere ich Apfel. Und jetzt Ananas. Die schmecken alle genauso, wie wir schmecken können. Und das Grünohr, das fand ich am lustigsten. Und wie ihr gesehen habt, können die ganz schnell kauen. Und jetzt probiere ich etwas. GELB! 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 Körsche! 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 Und Kürtel. Orange. 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 Und das ist jetzt alles noch. Apfel. 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 Und jetzt ist das alles nur noch Ananas. Fertig. So, das heißt jetzt mal wieder. Schaltet wieder rein. Töme Ö. Eier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020